So machen wir mal, dass wir hier ein bisschen spieler machen. So, dann geht's. Warte, was passiert, wenn man den Winkel hier oben ändert? Ja, dann... Mach mal. Ja, wenn es du machst... Ja, ich glaub, nein, dann gehen wir mit nach oben. Ja, genau, das ging flacher. Ja, genau, flacher. Du musst flacher. So, dann ist das hier. Nein, das geht auch nicht. Vielleicht muss ich den hier hoch machen. Mach mal den andersrum in die andere Richtung. Ich muss tiefer halten. Ich? Tiefer? Ja. Nee. Ja, das reicht erstmal, ne? Jetzt machen wir doch eine andere Sorgen auf die Rollerei. Nein, das Problem... Das Problem...